Gegen den Rektor der Ägäis-Universität Professor Junaid Hoshdoshkun wurde Haftbefehl erlassen. Polizisten hatten zuvor sein Haus durchsucht. Der Hochschulrat hatte am 28. Februar entschieden, dass Hoshdoshkun von seinem Amt enthoben wird, da gegen ihn im Rahmen des Ausnahmezustandes Ermittlungen laufen. Grundlage dafür war ein Dekret vom 25. August des Vorjahres.